Das Fürstentum Regensburg entstand durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 und war bis 1810 eines der Territorien des Choreskanzlers, seit 1806 Fürstprimas innerhalb des Rheinbundes. Geschichte Das Fürstentum Regensburg wurde mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 gebildet und bestand aus den früheren Gebieten des Hochstifts Regensburg. Mit den Herrschaften Donaustauf, Wirt und Hohenburg, der Reichsstadt Regensburg, der Fürstabteil St. Emmeram, den Reichsstiften Obermünster und Niedermünster und allen Besitzungen der mittelbaren Stifte und Klöster Regensburgs. Es stand unter der Herrschaft Karl Theodor von Dallbergs, der auch die Würde eines Kurfürsten, das Amt des Reichsherrskanzlers wie auch die Ämter des Erzbischofs von Mainz und des Primas für Deutschland inne hatte. Da das Kurfürstentum Bayern die Herrschaft über die alte bayerische Hauptstadt Regensburg anstrebte, verzögerte sich die offizielle Einsetzung Dallbergs als Erzbischof von Regensburg bis zum 1. Februar 1805. Mit der Schaffung des Rheinbundes 1806 ließ sich Dallberg von Napoleon bewegen, als Fürstprimas an die protokollarische Spitze des neuen Staatengebildes zu treten. Das österreichische Chor Lichtenstein besetzte im 5. Koalitionskrieg zwischen Frankreich und den Verbündeten Österreichern und Briten am 20. April 1809. Regensburg am 23. April 1809 wurde die Stadt von französischen Truppen in Brand geschossen und erstürmt. Dallberg versuchte, die Besitzer der ca. 150 abgebrannten Häuser auch mit Silber aus dem Domschatz zu unterstützen. Am 22. Mai 1810 trat Dallberg in Folge des am 28. Februar 1810 abgeschlossenen Pariser Vertrags das Fürstentum Regensburg ab. Er hielt dafür aber den größten Teil der Fürstentümer Hanau und Fulda mit dem Titel eines Großherzogs von Frankfurt. Erzbischof von Regensburg blieb er bis 1817. Das Fürstentum Regensburg kam an das Königreich Bayern. Regensburg wurde Hauptstadt des Regenkreises, der 1837 weitgehend im heutigen Regierungsbezirk Oberpfalz aufging.